Jetzt. Ja! Das war er. Wir haben den Beweis dafür gefunden, dass er Endzeit in Wirklichkeit eingesungen hat. Nochmal. Ja! Alles klar. Tja, ich würde sagen, Urheberrechtsverletzung, ne? Das war doch eben nicht wieder. Das letzte war es. Nee, kannst du ja auch so. Nee, das ist Heber. Ich nehme auch das Endzeitding. Da kopiert er einfach Heaven Sheeper. Ich glaube es nicht. Ich bin Heaven Sheeper. Achso. Machen wir weiter im Text, ne? Das dürfen wir nicht veröffentlichen.